weil das Ding defekt ist. Er hat mich gefragt, ob ich es mal testen kann, weil das hat sich plötzlich ausgeschaltet, wo er gefahren ist. Ob ich den nicht mal testen kann? Also finde ich mit 15 Sachen und da dann aufs Maul, dass ich es ausgeschaltet habe. Danke, meine Lieblings-Chuckin. Ich habe da gerade jemanden unterm Rock geguckt. Ach, da liegt eine... Da liegt eine Stewardess, der habe ich gerade unter den Rock geguckt. Ach, da hast du schon geskippt. Hier liegt eine Leiche. Ach nee, das bist du gerade. Ich wollte dich eigentlich gerade looten. Ich glaube, ich muss die Maus-Sense dann nochmal ein bisschen runterdrehen. Das ist irgendwie in-game-Konflikt. Ihr geht doch mal aus dem Weg hier. Ja, nee. Ich muss hier looten. Guck mal, man kann das tun. Der ist voll unter dem Rock gucken. Der hat ein weißes Slip an. Das ist aber eine gute Position, wo wir abgespielt haben. Ja, du hast ja schon Erfahrung mit dem Spiel, gell? Also ich richte mich mal komplett nach dir. Du sagst, was wir machen. Willst du überleben oder er hat fast verfahren? Na, ich will schon gerne überleben. Wenn ich das einspiele, in dem ich mal überlebe. Das ist schwerer. Nee, ich glaube, Sekiro ist schwerer. Du musst das dann halt da immer hören. Die schreit dann immer, wenn irgendein Vieh kommt und rennt dann mit sonst was. Das habe ich mir fast gedacht, deswegen wollte ich sie unbedingt dabei haben. Aber mit dir zu spielen macht mega viel Spaß. Die kommt dann schreiend an mit sperrenden Akkettensäge. Wie bist denn du? Ich lute dir die Koffer. Ich bin geradeaus vom Flugzeug weggegangen. Da, wo das Reh ist. Das Reh. Links von dir. Einmal habe ich es gehindert. Einmal noch. Gehindert. Noch eins. Also ein Reh habe ich. Das muss man noch einmal hätten. Danach ist es tot. Am besten jetzt schon mal was. Ach. Das könnte lustig werden. Dann müssen wir aber wieder raus. Ich kann hier keinen einladen. Doch. Kannst du. Wo denn? Wenn du diese Steam-Overlayer nimmst und dann kannst du einfach einladen. Ach so. Ging das nochmal? Okay. So ging es schon mal nicht. Ich glaube, du musst erst den PC anmachen. Wo ging es auch nicht? Wie ging das Steam-Overlay nochmal? Ach so. Genau jetzt. Gewitter perfekt. Wo bist du hin? Ich stehe hier. Ich crafte schnell. Äh. Ich habe mal ein Speer. Äh. Hallo? Warum minimiert sich mein Spiel jetzt einfach? Ich werde mich hier so verlaufen und so, ähm, auf die Fresse kriegen. Oh. Weißt du, wie das Spiel ungefähr funktioniert? Ich habe ein paar Let's Plays gesehen. Also. Okay, äh. Dann öffnen wir das Inventar. Wenn du dann zwei Stöcke nimmst, dann kannst du einen mit Wärm machen. Äh, ich habe mich dort. Äh, kombinieren. Kann doch nicht. Nur. Wenn du dann, äh, den Rucksack nimmst und dann zum Beispiel den Speer nimmst, dann kannst du, und das kombinierst, dann kannst du, äh, Hotkeys setzen. Okay. Aber wie kann ich denn den Speer machen? Zwei, äh, zwei, äh, Stöcke. Habe ich gemacht? Also zwei Stöcke in die Mitte? Ja. Ach so, ach, dann auf das, auf das Rädchen gehen. Ah. Deutsch stellen. Wenn das geht. Ich habe einen Speer. Oh, 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 oh. Hier. Und jetzt? Oh, da ist gut. Äh, da oben sind direkt Armebrustsperre. Äh, freile Waren, das glaube ich. Komm her, du Lorsch! Bist du. Hier, wo wir eben waren. Sind noch Koffer gewesen. Ja. Ich habe einen Tennisball. Das ist ein Reh, es backt. Es ist gleich tot. Komm her, ich helfe dir. Es ist tot. Heute ist es, komm zu mir. Ich komme. Ich helfe dir. Das ist ein Rehkopf, kannst du nehmen. Ist das jetzt das arme Reh getötet? Vielleicht. Ich muss Bewegungsstücke ausmachen. Ich kann den Rehkopf nicht nehmen. Der fällt immer wieder runter. Oh, was haben wir denn hier? Käfige? Ah, ich kann trinken. Okay, cool. Wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, kannst du den Speer ansetzen zu werfen. Das Problem ist, warte mal, wie kann ich nochmal, ähm... Ich muss immer ins Inventar für den Speer, oder? Äh, nein. Äh, wenn du Rechtsklick auf deinen Rucksack machst und dann den Speer auswählst und das kombinierst, kannst du ein Hotkey setzen. Aha. Drei, vier. Oh Mann. Zwei. Okay. Los geht's, komm. Was wollen wir jetzt machen? Wo wollen wir bauen? Weiß ich nicht, du kennst dich ja aus. Ich bin neu hier auf diesem... Fische, ange, am besten erstmal Fische. Die kann man dann, äh, schnell brutzeln. Einfachen. Linksklick drauf. Wenn's den Rad dran ist. Eins. Oh, ich hab einen. Noch einen. Voll der Profi-Überleber. Noch einen. Ein Stück kannst du, glaub ich, nehmen. Wir sind zum Ende, weit in der Mitte. Nee, dann musst du mit springen drauf und dann in der Luft machen. Nee, der kommt zu mir. Noch einen. Wie viel hast du schon? Noch einen. Ich hab... Ich hab... Ähm... Sieb? Nein. Es gibt... Nein, kann nicht klopfen. Ähm... Wie viel hab ich? Wo seh ich das? Ich hab auch... Drei Stück. Euer Fisch-Simulator. Ja. Besser? Wenn du Vögel füllen kannst, am besten nehmen... Die kannst du dann für Bogenteile nehmen. Dann später. Komm, einen will ich noch. Ja, der kommt doch hier so in meine Richtung. Ah, hab ihn. Weil ich hab vier Stück. Perfekt. Lauf dir einfach mal hinterher. Hast du irgendwo ne Ahnung, wo wir bauen wollen? Ich hab... Keine Ahnung. Ja, da... Oder ne offene Fläche. Da, wo man es gut sieht, oder? Irgendwo nah am Wasser machen. Mhm. Vielleicht jetzt tatsächlich... Für den Gans anfangen. Hier haben wir Wasser. Hier können wir schnell ein Baumhaus bauen. Dann kommen die erstmal nicht so schnell hoch. Okay. Dann müssen wir jetzt Holz... Ja. Mit B kannst du übrigens dein Crafting-Ding öffnen. Und dann kannst du ein Baumhaus bauen. Soll ich dir schon mal Holz bringen? Kannst du. Dann mach du mal so einen Holzständer. Und ich bring dir da das Holz hin. Du kannst ba... Und du kannst dann bauen. Baum fällt! Nicht auf mich, dann bin ich jetzt wieder gleich tot. Hat schon Teilschloss so gut hingekriegt. Fällt dir die andere Stimme? Ich hab mich dreimal... Äh... In der... zur selben Zeit. Er hat dreimal hintereinander gekillt mit einem Scheißbaum. Du musst natürlich mal wissen, wo du bist. Da. Äh... Falls du ein paar Sticks hast, kannst du hier... Nein. Was ist noch ein Reh? Ach... Ach... Hey, du beißt das Fleisch... Dann brauchen wir ein Lagerfeuer, um es zu braten, gell? Das ist nicht teuer. Da sind hier viele Rehs. Irgendwas hochgestellt, oder was? Baum fällt! Alter, sind hier viele Rehe. Wir passen Reh mit dem Baum erschlagen. Ja. Das habe ich geschafft. Dafür kriegst du ein Achievement. Kriegst auch ein Achievement, wenn du ein Reh oder sowas mit Dynamit sprengst. Das ist ja... Megas Spiel. Ich würde da weggehen, wenn ich du wäre. Wieso? Ach, komm. Was hast du vor? Baum fällt. Das habe ich vor. Ah, easy. Das ist ja easy. Eine 20 Baumstimme braucht man insgesamt. Da ist ein Viech. Am besten gleich killen, sonst sagt er den anderen Bescheid. Wir können den zerhacken und dann können wir das Fleisch braten. Ja, du kannst dir auch einfach mit dem Stein, äh... Hast du einen neuen Freund gefunden, hä? Ja. Bernd. Bernd. Also ich hätte ja auch gleich das hier... Da sind viele, viele Rehe. Aber... Ich habe noch ein Reh. Ich sehe es gerade, wie du auf das Reh... Es rennt aber weg. Hey, nein! Es ist aber weggerannt. Bleib stehen, du Arsch! Ich wirf kein Spitz. Ja. Schade. Hast du Zähne von dem bekommen? Ich habe ihn nicht gelootet. Doch, gar nicht looten. Also ich habe nur zweimal auf ihn eingeschlagen. Nein, die haustet den aus und dann fliegen die Zähne auch aus. Ähm... Ne. Ich habe ja ein paar Köppe. Ich hack den mal schnell die Arme ab und so ab. Ja, du könntest auch noch ein Lagerfeuer machen, dass er schon mal den Fisch und alles braten kann. Ja, will ich gleich machen. Lagerfeuer. Weil man so ein kleines oder so ein eher festeres. Weil hier ist ein Vogel auf der Hand gelandet. Kann man leider nicht töten dann. Was? Ja. Was kann man nicht töten? Wenn sie auf der Hand gelandet sind. Aber ich finde das süß. Die brauchst du aber für Pfeile. Ja, aber wenn wir es trotzdem ein Vogel... ...auf dem Abend gelandet... Gib mir doch einmal ein Highlight in meinem Leben. Ich bin eh dafür, dass wir erstmal das... Jetzt habe ich ein Reh. ...dass wir das Umfeld vom Baumhaus erstmal... ...clearen. Die Bäume, die da wirklich drumherum sind, wegmachen, damit wir einfach... So, äh... Ich habe hier ein Reh. Mal. Ja. Schmeiß es aufs Lagerfeuer. Ich habe auch noch Fisch und so. Ich habe noch knapp halb Elfsen. Ich kann kein Fleisch mehr nehmen. Kannst immer zu mir gehen. Warte, komm sofort. Äh... Hallo? Der habe ich. Kann ich nehmen. Hast du es? Die Trophäe habe ich. Äh, also den Kopf. Das Fleisch liegt hier noch. Ich muss mal gucken, wo... Ach, da bist du. Hab ich. Die Trophäe habe ich doch hier eben einen Baum umgehauen. Da müssen doch noch irgendwo Baumstämme sein. Ich habe doch nicht alle eingesammelt. Strange. Okay, wir können grillen. Cool. Die Trophäe kannst du dann für Rüstung verwenden. Oh Gott, war das knapp. Du weißt schon, dass andere Sachen dann kaputt gehen, wenn es drauf fällt. Ich wollte eigentlich, dass es auf dich fällt. Ne, du standst vorher schon genau dahinter. Der wäre genau in deine Richtung. Dann bist du ja in eine Richtung weg. Hab ich die ganze Zeit schon versucht. Das war aber auch schon der dritte Baum oder so, den ich versucht habe auf dich zu werfen. Gehen wir mal zum Strand und suchen nach dem Seil, dass wir das Baumhaus fertig machen können. Du? Oder was? Ja, weil man braucht ein Seil, dass man das Baumhaus fertig machen kann. Okay. Auch da ist das angehütete Regen. Mach das. Ich baue so lange, das... Mach hier so lange noch Material einsammeln, gell? Und Bäume und so. Kann ich dich denn alleine losziehen lassen? Passt das denn? Muss ich keine Angst haben? Ja, wird zwar Nacht, aber sicherlich wird es schon. Ja? Sicher? Nein. Gut, ich baue schon mal das Baumhaus fertig. Okay, ich muss doch erst was essen. Ja, mach mal, sonst verbrennt das Fleisch drauf. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Also nicht wie ein Ark mit Dodo. Okay, jetzt. Aber ein Ark schlägt man doch auch auf Bäume ein. Ja. Aber da kannst du keinen Dodo-Zellman hier. Das hat wahrscheinlich nur noch keiner probiert. Oh, wir sind direkt bei einem großen Loch. Perfekt. Wenn es dir da runterfällt, bist du tot schon allein, weil das so viele Vieches sind. Perfekt. Da ist doch sicherlich ein Höhen-Eingang. Du machst das schon. Wir equippen uns dann schön und dann gehen wir auf der Jagd und suchen unseren Sohn. Du hättest eigentlich einen Frauencharakter haben müssen. Das wäre geiler gewesen. Mama und Papa unterwegs. So, also ich bin fertig, wo es das sei. Ich suche noch. Ich bin gerade zum Strand. Oh, hier ist direkt ein Kannibalenlager. Perfekt. Wenn du weiter sind, dann gibt es ja auch Kannibalen. Wie kann ich denn mal das Crafting-Menü aufmachen? Äh, B drücken. B. Okay. Okay, Molotow. Muss ja erstmal damit gucken. Feuer haben wir. Der L kannst du dein Licht anmachen. Ich brauche kein Licht. Wenn du Schildkröten-Dinger siehst, wir brauchen noch einen Wassersammler. Das wird dann sicherlich da sein. Ich habe was gebaut. Ich bin so stolz auf mich. Ich hole mir mal schnell die Harspill-Dose. Da ist immer direkt ein Rad dran. Kann ich dich anzünden? Yay. Schmeiß den Baum auf den Kopf. Nee. Vorher zünde ich dich an. Glaube ich hätte nicht in der Nacht losgehen sollen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das darf ich aber nicht. Das habe ich auch nicht vorher gesagt. Ah, hier sind Gegner. Das sind noch ganz einfache. Na gut, dann ist jetzt meine Bewerbungsprobe. Oh, ich habe das Hahn verloren. Oh ja, die aufsummonen, die kannst du dann mit dem Speer verpassen. Oder halt die Axt. Alter, die... Ich glaube, ich bin die Endgegner bei... bei Dark Souls. Die weist du mir nur aus. Ich habe die Schwiererzeit verloren. Ich habe der gebranen Zahnarzt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Die ist weg. Weil dann würde ich mal aufpassen. Dann kommt er mit mir andere zurück. Ja, die ist einfach ins Dunkle gerannt. Nee, sie ist noch da. Ich höre sie. Oh, hier sind direkt gute Haie. Perfekt. Also ich höre sie hier noch rumschreien. Ich habe hier ein Leck. Also ich höre sie hier noch rumrennen. Da ist sie. Nee, nee, die ist immer noch direkt am Lagerfeuer. Das sind keine Schildkröten. Was ist das denn? Vielleicht kommen die nur tagsüber. Hehe. Sind tagsaktiv. Alter, wann sterben denn die mal? Ich habe die bestimmt schon zehnmal gehittet mit dem Speer. Nicht, du verlierst jetzt schon gegen die. Nee, ich habe die bestimmt zehnmal gehittet. Die hat auch 20.000 Zähne verloren. Aber ich habe sie jetzt ge... Sie ist jetzt down. Soll ich sie aufs Feuer schmeißen? Erkannste. Also da ist keine Dose. Aber auch kein Zeichen. Also ich habe sie besiegt. Ich habe sie besiegt. Die Geräusche hören sich ziemlich komisch hier an gerade. Das Problem ist, dass jetzt gerade auch die Sonne hier bei mir ins Zimmer reinscheint. Bei mir auch. Und ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich muss gleich mal Rolle runter machen. Ja, ich auch. Ich sehe gerade mal... Ich sehe gar nichts. So. Ein Fahrbar mal gefunden. Ein Seil wäre wichtiger. Ja. Aber das weißt du ja. Ja. Das muss ich dir ja nicht sagen. Guck mal, die scheiß Haarspray-Dose liegt hier rum. Oh, wird glaube ich wieder Tag. Was wollen wir dann als nächstes machen? Erstens würde ich es beim Haus bauen und danach nach einer gescheiten Fläche suchen. Ja, eigentlich nur, dass wir uns gescheit equippen können. Ja, wie gesagt, das Baumhaus ist fertig. Das wird nur das Seil. Du kannst jetzt gerade noch ein bisschen rum. Weil dann können wir durchs Baumhaus erst um das Speichern zu... Ah, ich habe es rausbekommen. Doch nicht. Du willst nur so ein bisschen noch Material zusammengefarmt, falls du noch irgendwas bauen willst. Gut, dann können wir auch einfach einen kleinen Untersuchung bauen, dass wir wenigstens speichern können. Gut, dann können wir auch einen kleinen Untersuchung bauen. Das kann gut sein. Kannst du dann vielleicht schon mal einen kleinen Untersuchung bauen, dass du dann wenigstens die Welt speichern kannst? Das kann ich machen. Ich habe ja genug Zeug zusammen gesammelt. Dann B, Kleinunterschlupf. Vermut mal da, genau. Also so ein Hunting Shelter oder was brauchen wir hier? Small Cabine. Ja, sieht gut aus. Das wird dann meine Bude. Du kriegst das Baumhaus. Ist da der Eingang? Da hast du Eingang. Jetzt muss ich mein schönes gesammeltes Holz hier gleich dafür benutzen. Der Waschbär ist ins Feuer gelaufen. Ich wollte gerade den Waschbär töten. Dann ist er einfach... Waschbär? Ich hatte den vorhin schon zwei, dreimal gehittet, als ich gemeint habe, es leckt. Ich habe einen Waschbärkopf. Und... Ich bringe dir auch einen Freund mit. Eine Gans, Gans. Und... Er ist vergammelt und angebissen. Der ist ins Feuer gelaufen und ist gestorben. Es gibt Waschbären tatsächlich. Das ist ein Waschbär. Einer da drin. Da ist direkt so ein Leuchttüppi. Da hat man so ein Leuchttüppi mit. Ah, jetzt schon wieder ein Gegner. Ah. Ja, ich bring dir einen Leuchttüppi mit. Ich sehe noch nichts, gerade weil es so dunkel ist. Hier sind zwei. Geht Probleme. Ich komme. Also ich glaube, dass es zwei sind. Oder ist das der eine gewesen? Oh Gott, da ist auch einer. Das sind zwei. Ich glaube, bei mir ist es nur einer. Drei. Ja, dann lauf. Komm her. Ja, lauf. Das war keine Ausdauer. Und nicht, äh, benutze ich meine Spray-Dose, obwohl ich die eigentlich für dich aufheben wollte. Alter, wie viel die Aushalt mit den Speeren? Naja, wenigstens, glaube ich, ich nehme die ganze Zeit die Zähne raus. So, am Anfang ist der Axt tatsächlich noch besser. Achso, okay, na dann sagt es doch vorher. Ich dachte, du weißt das. Ne, wie gesagt, ich habe... So. Oh Gott, ich bin direkt an den Heim vorbei. Ich glaube, hilfbar. Ich könnte sie in meinem Flugzeug schon. Äh. Ich habe den Freund mitgebracht, schau mal. Ja, danke. Guck mal, da liegt aber Sperrkopf hier. Neben dem Lagerfeuer. So, welchen Baum hatte ich hier gerade fast abgeerntet? War nur zwei Schläge, ne? Ja, egal. Ertrinken. Ja. Oh, ich habe, äh, ich bin im Blut gebadet. Ich muss baden. Jetzt kriege ich eine Infektion. Ich muss mich waschen. Wie kann ich mich denn waschen? So geht's. Ah, okay. Jetzt sehe ich was. Immerhin. Schau mal, was ich gefunden habe. Warte mal, ich muss erst mal was trinken. Und was essen. Du müsstest vielleicht nochmal Feuer anmachen und alles braten. Ja, ich... Nein. Auf jetzt. Mach Feuer an. Brate, damit wir essen können. Und ich baue die Hütte fertig, damit wir speichern können. Ich habe aber immer noch kein Scheiß sein. Ja, das finden wir schon. Jetzt haben wir aber erst mal eine Hütte. Weil ich habe fast noch kaum... Ich habe kaum Nahrung. Nein, äh, wenn du willst, kann ich dir etwas geben. Du... Oder du zündest einfach mal da den Typ. Äh. Alter. Was war das denn? Baum. Ist der gerade auf mich gefallen? So ziemlich, da hat ein 10 cm vielleicht. Ja, aber ich habe... Mein ganzer Bildschirm ist rot. Also, ja, dann hat er dich getroffen. Was mache ich jetzt? Was wird von alleine wieder... Gut. Wie heile ich mich denn? Ähm, indem du Mesizien nimmst oder irgendeine Kräutermischung machst. Du hast dir erstmal Kräuter. Vorsicht, Baum! Hier ist noch ein Stamm. Rät der mit einem Stamm los, glaubst du nicht. Ohne, du hast doch zwei. Wie schief hast denn du die Hütte da platziert? Ich habe die einfach genau unter unser Baumhäuschen gesetzt. Oh Gott. Äh, ich speichere... Nee, erst schlafen, dann auch speichern. Äh, wie komme ich denn hier rein? Das ist die Tür. Ja, aber die ging nicht auf. So, erst schlafen. Ja, beide müssen schlafen. Was für ein Abenteuer. Tja, erzähl. Äh, es war gerade ganz dumm, was ich hier gemacht habe. Ähm, ich habe gerade etwas zu trinken eingegossen. Und es hat so geschäumt, dass es überschäumt hat. Jetzt ist es auf meinem Tisch. Ich habe meinen Tisch als so schön sauber gemacht. Ah. Ah.